Herzlich Willkommen in der neuen Fuhonner Folge, oh Gott, und wieder andere Klasse. Oh, ich hör nichts. Ja, also ich bin bei den Samurai geblieben, aber von den Samurai ein andere Klasse. Also vorher hatte ich den Kenai oder Kentai wie auch hieß, und jetzt habe ich den, ähm, Orochi oder wie? Orochi oder wie? Orochi. Ne, ja, Nepu. Oh, ich hab's nicht. Ähm, wir müssen zusammenbleiben. Wo bist du jetzt schon wieder? Scheiße. Äh, wo bist du denn jetzt? Ich lauf grad in Richtung A, aber ich bin jetzt bei B. Ich bin jetzt auch bei B. Kämpfst du doch grad wie? Ja. Der läuft weg. Aber der läuft weg. Räum sich bei B da schon wieder. Ja, ich räum ihn doch grad auf. Ich auch. Oh, der ist einer. Und wieder keine Ausdauer. Oh, sehr schön. Der ist tot. Weißer dann wieder auf. Schlecht B verteilen. Äh, angreifen. Keine, keine Ausdauer. Ich muss grad echt ein bisschen. Zone C verloren. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. 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 Wir haben C müssen wir holen. Komm, da kommt einer. Komm, wir warten auf ihn. Komm, hier. Komm, wir warten auf die Seite. Komm. Ah, das ist der Spieler. Ach komm Mann, das können die bei mir immer weglaufen. Oh, ich mach Explosion, jawoll. Sack. Sehr schön. Muss man kurz heilen. Ach, bei... Ich glaub, da wo die KIs sind, kann man sich nicht erinnern. Ey, wollen wir irgendwie ausruhen zu A? Ja, komm. Oder wollen wir da... Ich hab halt... Komm, wir versuchen ein A hinzunehmen. Dann haben wir das schonmal. Und dann kommen wir von hinten. Zu B. Alter, hast du einen langen Stab, oder was? Ja. Oh, fuck. Ich... Wow. Kill C. Nein, zwei. Jetzt kämpfe ich gegen zwei wieder. Was? Hä? Ich hab dahin geblockt. Ich habe dahin geblockt. Ich habe geblockt, wo die geschlagen hat. Und es ist durchgekommen. Warum? Ich warte im Spawn. Ich warte im Spawn und laufe ganz lang in Richtung C. Ist denn wir orange oder blau? Zone A eingenommen. Alter, warum liegen wir hinten, Mann? Ja, fuck. Wir waren doch voll gut, Mann. Zone C eingenommen. Ey, komm ich denn da zu. Zone A verloren. Zone A verloren. Sollen wir bei B da vielleicht? Ich exerf mich grad bei B, ja. Vielleicht gehen sie unbedingt rein. Das geht ja auch noch nicht. Da ist wieder die Frau. Okay, die läuft weg. Da ist... Oh nein, die hat nur auf die anderen gewartet. Ja. Komm ein bisschen zurück. Bleiben wir hier. Ja, ich weiß nicht. Die sind hier so viele. Ja, wir haben grad alles. Das ist gut, das ist gut. Wir haben grad alles. Aber dieses weglaufen, das nervt mich, dass es bei denen funktioniert. Meine Güte. Okay, einen hab ich wieder. Ich lauf zu B runter. Ja, ich räum jetzt wieder bei B. Ich lauf zu B runter. Alter, ihr hittet mich die ganze Zeit an. Leckt mich fett. Auf 2, auf 1, auf 1, auf 2, auf 1. Auf 2, auf 1. Auf A wird schon da. Oh mein Gott, wir können nie immer flüchten, Mann. Und ich komm nicht weg. Ich kann nicht mal Leertasse drücken. Bleib. Meine Fresse, Mann. Ich leerte, 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 bleib. Mach, 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 mach. Weißt du? Und nichts passiert. Die hauen dann immer weiter drauf auf mich. Und nichts passiert einfach. Nichts. So eine Art. Hallo. Wie machen wir die falsche Exaktion? Bleib liegen. Na. Ja, bei mir war es schon rot. Ich konnte nicht wieder beliebt werden. Bei mir haben wir die Zeit schon abgelaufen, glaub ich. Wo bist du eigentlich wieder? Bei B. Okay, ich komm auch zu B. Alter, jetzt. Ich mag bei B nicht bleiben. Weil da kann man nicht abfahren. Die KIs, die blocken dich. Du kannst da nicht mehr abfahren. Ja, manchmal muss man einfach auffahren, weißt du? Ne. Wenn ich da mit den KIs drin hoffen. So. Kannst du mich wieder belieben? Ne, oder? Soll ich jetzt nicht respawnen? Ja gut, dann respawn ich jetzt. Ja, respawn mein lieber. Weil ich renne auch gerade weg. Zu B keine Chance da rein zu kommen. Zu dir. Ich hab's versucht. Es geht einfach nicht. Ich muss zu C hoch und nicht rein. Der Typ, der Wikinger, bei dem kommst du auch nicht weg, weil er die ganze Zeit so einen Spezialangriff macht, dass es sich immer wieder zu dir her zieht. Ja. Bleibst du da? Ach, die lockt uns hierher. Ja. Aber komm, ich roll mal im Verlauf. Jetzt, Mann, ich will den wiederbeleben. Warum geht denn das nicht? Ich bin wieder tot bei B. Nein. Beinah hätte ich dich gehabt. Beinah. Bei B sterbe ich immer. Ich darf nicht bei B hin. Das ist... Ich hab kein Problem. Ja, du darfst nur hin, wenn du siehst, dass da keiner ist. Dann ein bisschen aufräumen. Wenn du jemanden siehst, dann direkt wieder wegrennen. Kannst du mich wieder bitten? Ja, ne. Alle vier von den Gegnern sind dort. Alle vier. Was? Nein! Ich lauf da jetzt zu A. Jetzt bleib halt weg, meine Fresse! Oh mein Gott! Die rennt mir nur hinterher, die blöde Fotze! Oh mein Gott! Meine Fresse! Bis zu unserem Spawn ist sie mir hinterher gelaufen! Was? Wenn jemand wegrennt, ich komm nicht hinterher! Es klappt nicht! Wenn... Wenn jemand mich haut und ich renne weg, dre ich mich um, zack! Jetzt krieg ich einen in die Fresse, Mann! Zone A verloren! Ah, ich bin bald B. Oh shit! Zone C verloren! Ich versuche A einzunehmen! Ja mein Gott! Wusstest du das? Ja mein Gott! Wusstest du das? Ja, wir haben überall... Wir müssen deren Helden töten! Komm, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Cool! Ich bin bei B. Okay, ich bin jetzt auch bei B. Komm, komm, komm zurück! Komm, Achtung! Da ist noch einer! Oh nein, der ist schon wieder! Hau ab! Der ist so gut! Oh Gott! Ich heil dich! Ich heil dich! Komm! Komm in meine Nähe! Ich hab vier halbe! Boah, der haut trotzdem so fett auf mich drauf, Mann! Ich komm nicht aus dem Scheiß-Modus raus! Boah, ich hab eins! Nein! Er hat mich! Nein! Nicht dein Ernst! Oh nein, die haben B! Oh nein! Jetzt sind wir wieder hinten! B dürfen wir nicht machen dann! Wenn dieses Killen ist, dann müssen wir zu zweit bleiben! Nein! Nein! Was macht denn dein Verbündeter? Nein! Nein! Einen Schlag! Der hat einen Schlag gebraucht! Weißt du, ich treff, treff, treff und mich macht einen verfickten Schlag, Mann! Das Spiel kotzt mich mittlerweile so an! Schon wieder in jeder Lage! Ich dehn's dir! Ich... Ne, ich mach keine Folgen mehr, ganz ehrlich! Ne! Also... Das war jetzt nur eine blöde Runde! Eine?! Die letzten zehn Runden waren schon scheiße! Fuck, Alter! Nur die letzten zwei... Keine Beute! Oh mein Gott! Ich hab den zehnmal getroffen und dann haut der mir einmal einen rein und ich war instant tot! Du hast... Du hast halt eine Klasse, die halt schnelle Angriffe macht, aber nicht viel Schaden und der hat halt so eine langsame Klasse geschehen! Ja und wenn ich seine Klasse spiele, ist es bei mir genauso! Treff, treff, treff nichts und dann haut der mir gleich an die in die Fresse einmal, wenn sie mich treffen! Ah, damit muss man leben! Ne! Wahnsinn! Ganz ruhig! Das war jetzt ein bisschen eine Aggressionsrunde, aber ansonsten... War die doch gar nicht mehr so schlecht, glaube ich, oder? Trotzdem danke fürs Zuschauen und... Ja, danke fürs Zuschauen! Tschüss! Ciao! Ciao!